So, was machen wir jetzt mit der Karte? Mit der Karte? Schauen wir erstmal, was haben wir denn? Na toll. Bin ich außen, kann ich aber, glaube ich, hier links runter gehen, oder? Ne. Ja. Doch da. Machen wir das mal mit dem Schlüssel. Da rein. Oh, noch so viele. Äh, babababam. Mal so machen. So. Äh. Mal so. Oh. Nur mal so. Okay, das halten die schon mal aus. Küsschen. Hallo. So, das. Spinst wohl. Axt ist bei dir. Warum hebt er eigentlich seine Achseln? Was ist für den Falsch? Okay, die haben irgendwas mit 50 Leben. Das den kriegen wir als Essen sowieso schon kaputt. Na gut, aber wir können hier wieder mehr Kursschuhe machen. Was machen wir jetzt bei dem? Der macht Cengiz den. Sie kann eigentlich den machen. Und er mischt sich zur Not damit ein. Küsschen. Okay, ich schau mal platt. Platt. So. Nein. Zack. Zack. Okay. Hier gibt's Gusschen. Hier gibt's Gusschen. Oh, warte mal. Das ist falsch. Äh. Der da. Der da. Und der da. Dann haben wir da schon hinter uns und da noch drauf. Gucken, dass wir ein Leben kommen und irgendwann... ...auwolle geht's jetzt gleich offen. Junge. Der bester war gut durch Cengiz. Leicht fallen. Rutschmeln. Guck mal, hat's eigentlich Plinpläugen gegenmacht hier. Nein. Oder brodelt's noch einmal. Nein. Wir machen denn nochmal Gegengift. Und was wird dem Zauber... Oh, nä trazer. Oh, nä. Oh, nä, sind wir mit dem Zauber... ...ich will eigentlich nicht weitermachen, wenn wir, wenn ich jetzt teleportiere. okay wir können uns auf jeden fall in telepatieren verteidigt erst mal hier weg so muss ich mich davon befreien so mittlerweile im mikro der krank im kopf auch so krank übernachten weil mit dem 4.000 wollte ich auf jeden fall nicht sterben topf ist bald fertig so jetzt können wir da operieren oh ich wollte gerade mal schauen äh stellt was her hat jetzt zauberwasser wir benutzen das einmal turbo wieder hier das müssen wir irgendwo runter kommen dann hier dann hier obwohl die kann eigentlich gepäckstücke benutzen und er haut einfach drauf dann nicht viel naja das ist richtig kampf kanon hier machen wir kann er sich eigentlich selbst sein hier hat ja auch genug punkte da wieder so der zweit magi erstmal haupt magi ja sowieso der kleine jessica komm rein guck guck gute frage nächste frage man da hinten ist die treppe das heißt wir müssen gleich hier ne da geht's hoch da geht's den raum ein übertreibt gleich noch vier hier zack machen wir mal eine gute allesfresskombi vielleicht gehen und machen einfach nur mal einen Angriff gut da schläft immer noch tschüss und das der ego die sonst haben wir darauf konzentrieren dass wir doch warte mal hier das kost zack c vielleicht dann waren wir aber vielleicht noch mal ein gehen und zur not hier in der noch tieferen schlaf super da geht es nicht schlafen so der schön war down Das heißt, jetzt können wir vorne, machen wir hier, so, so, dann kann Jessica, was macht sie denn? Äh, Kursant, das ist eigentlich ganz gut. Zauber, ne, da kommt es auch mit der Mittelheilung, ganz okay. Die wacht auf. Was ist los mit dir hier? Priss. Ach, nochmal einen Angriff hier, der war so, Syrom-Pin, das weiß er, da. Kann doch noch treffen. Genau, Level 19. Zauber, Energieschub, nochmal vier Punkte. An zwei, eins, zwei, obwohl, machen wir hier ein mehr drauf. Magische Barriere. Okay, ist nicht dabei, dann ist das hier alles bei. Äh, magische Barriere errichtet, dann wäre die Effizienz feindlich. Senkt, okay, und dann kriegt er. Eines Einzelnen, okay. Ich will jetzt bestimmt noch ein Gruppen-Ding geben. Mal hier rein, mal gucken, ob hier was ist. Oh, Tüpfel. Da, toll. Warte mal. Schon da mein Name? Ah, ich bin... Sieh, ich sag doch. Wir waren das doch. Wir waren da. Ballastwache. Okay, ist nix. Hallo. Da, arme Frau. So, äh, send noch ein Däschchen. Ne, hoch will ich nicht. Ich komme nicht um die Ecke. Das heißt, wir müssen doch hier hoch. Äh. Das ist ja bestimmt so komplett... komplex irgendwo hinlatschen. Ja, übertreib auch noch hier, so. Hallo. Da. Lesen. Ich glaube, das hatte ich schon, oder? Ah, neues Rezept. Drei Stück. Drei Stück. Gibt's? Eine Mini-Medaille? Nix. Äh, der richtige Kopf, der richtige Kopf. So. Ah, nein. Noch, noch drei Teams. Anni, warte mal. Wir können erst mal... Äh, warte mal. Wie können wir uns mehrere... Na, komm, nehmen wir einmal das. Jenkins hat eh nix. Das heißt, er kann sich um die Mitte kümmern. Warte mal. Mach du mal. Gegen die drei da hinten. Und du machst... Äh, vielleicht den. Äh, ab, ab, ab. Okay, unnötig. Egal. Ah, ist der Schilder wach. Okay, noch einen tieferen Schlaf. Super. Erste weg. Äh. Wir haben uns um den. Jenkins kümmert sich um... den. Dann wird er nicht mehr so nervig. Die Rüppschchen. Und dann machen wir... Können wir eigentlich in den Meckel-Heil-Dolf-Cengiz-Mann haben wir schon mal wieder. Bisschen hinter uns. Ach, noch verflucht. Ach, Gott, nein. So. Number one. Ah, komm. Hier, bitte schön. Dann Gehels jetzt sterben. Äh. Wird dennoch die drei nochmal versuchen. Und eventuell hier den. Number one. Number one. Number two. Gehels jetzt kommt. Schlaft einfach weiter. Tschüss. Mach da hinten weiter. Das kriegt er auf jeden Fall eigentlich gebacken. Zur Notpresche. Wir hier einfach noch mit rauf. Super. Er wacht wieder auf, ist klar. Ist wieder wach. Aber tot. Da ist er tot, 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 tot. Mit. Rotschimmel. Musik. Musik.